hallo und herzlich willkommen im video training der firma riesen consulting mein name ist matthias riesen und ich begleite sie durch dieses autodesk fusion 360 video training heute schauen wir uns an wie wir hier dieses teil zeichnen den link von der zeichnung habe ich natürlich wieder in der video beschreibung verlinkt das ist ein klassisches rotationsteil drehteil das heißt ich zeichne hier dieses profil und da die rotationsachse drehe das ganze teil dann dann fertig hier die schlüsselweite an und diese bohrungen dann können wir die bohrungen reinsetzen da auf der mantelfläche und hier auf dieser schlüsselweite und dann diese eine schrägbohrung anfertigen dann noch abrunden und abfasen dann wünsche ich schon mal viel spaß in den nächsten minuten und wenn ihnen das video gefallen hat würde ich mich natürlich freuen über einen daumen nach oben ein kommentieren des videos und auch von teilen dann gehe ich rein in mein fusion ich beginne wieder mit einer ganz normalen skizze hier auf der ebene dann zeichne ich das hier gleich einmal die rotationsachse ein die kann ich ja gleich hier eingeben in die exponierte anzeige und auch dynamische eingabe wie es viele betiteln die rotationsachse länge das ist 44 und klicke jedes an und sagt dort ist ein mittel eine mittellinie dann kann ich hier das profil zeichnen und das heißt es geht hier so nach oben geht hier so rüber geht runter geht runter geht hier auch so rüber so dann habe ich das so hier dann so so größer summen hier und so und da die linie mache ich jetzt gleich horizontal vertikal dann setze ich den endpunkt hier natürlich vertikal zu da und den hier vertikal zu hier dann habe ich auch da schon die gesamtlänge definiert jetzt beginne ich mit der durchmesser bemaßung das heißt erst die mit linie anklicken dann da das ist der durchmesser 22 dann mit linie und hier ist der durchmesser 20 und hier haben wir auch 22 so dann der außendurchmesser hier ist 28 ich habe seine auch ausgedruckt vor mir liegen und dann haben wir hier durchmesser schlüsselweite 24 48 so durchmesser 48 dann die längenmaße ich habe hier 10 und hier auch die 10 so und dann dort die 34 und schon dürfte eigentlich die skizze vollständig definiert sein ist alles schwarz die skizze hat keine geöffneten freiheitsgrade mehr und gehe auf skizze fertigstellen drehung und schon habe ich jetzt hier mein rotationsteil vollständige drehung ok so der bereich oder diese sache ist jetzt fertig jetzt kommt da innen drin das gewinde rein und das heißt ich gehe hier auf das feature gewinde klicke dort ist an und sein m20 weil das kennt dadurch diesen nenn durchmesser was ich konzentriert habe durchmesser 20 m20 mal 2,5 das heißt standardsteigerung ist es automatisiert immer hier eingestellt wenn in der zeichnung nichts dabei steht ist immer die standardsteigerung und mach ok so jetzt habe ich ihnen dann auch das gewinde drinnen jetzt kann ich hier die schlüsselweite gleich bearbeiten plus die bohungen reinsetzen dazu hier hinten auf dieser fläche eine neue skizze erstellen da kann ich gleich mit der mittelrechte arbeiten das heißt hier auf den hauptbefehl rechte gehen dann kann man in der skizzenpalette hier die unteroptionen auswählen mittelrechteck und ziehe mir das hier auf so diese schlüsselweite hier an der zeichnung ist 40 das heißt ich bemaße das da gleich mit 40 und sage die linien sollen noch tangential hier anliegen an der mantelfläche und schon ist die skizze wieder vollständig definiert jetzt setze ich auch gleich hier die eine bohrung weil die kann ich dann anordnen hier und dann bin ich da wesentlich schneller wenn ich die skizzen punkte einzeln in der skizze zeichne also der bohrungsabstand hier ist auch von teilkreis durchmesser von 38 das heißt hier 19 ich markiere die linie taste x dass eine konstruktions linie wird und dann die skizze fertigstellen und dann kann ich das hier wieder zuschneiden das heißt dass da und das da sollte hier durch alles durchgehen jetzt haben wir die schlüsselweite jetzt blende ich mir die skizze hier wieder ein und hier mit bohrung da haben wir eine bohrung von 55 das heißt hier 55 durch alles durch und ok jetzt blende ich sofort die skizze wieder aus hier jetzt habe ich diese eine bohrung das kann ich hier auch auf dem befehl der anordnung draufgehen und hier sorgen die runde anordnung das element ist die bohrung und die drehachse kann ich entweder die achse hernehmen oder da die mantelfläche und ich sage jetzt hier bewusst acht stück weil das eine geometrische anordnung ist und unterdrücke hier jetzt einfach die bohrung und die bohrung und ok und schon habe ich nämlich hier diese bohrungen auch drinnen so soweit so gut jetzt muss ich hier die bohrungen setzen das heißt hier skizze erstellen einfach mit einer linie und direkt den abstand angeben der abstand ist hier 40 markiere wieder die linie mit taste x wandel ist wiederum zu einer konstruktionslinie und dann hier gleich ausrichten dieser endpunkt sollte mit dem ursprungspunkt hier in verbindung stehen aber mehr seht er zieht jetzt vertikal hin steuerung z das heißt der punkt ist über 45 grad ich ziehe einfach unter 45 grad und dann wird es automatisch hier horizontal jetzt brauchen wir von vorne hier den abstand und 22 und es gibt es gleich wieder vollständig definiert und kann gleich wieder die skizze fertig stellen gehen und auf bohrung und sorge hier und da das ist ein bohrungs durchmesser von 3 geht auch durch alles durch ok und schon haben auch diese bohrung wie man sieht es geht sehr schnell so sachen auch zu machen wenn man mit der richtigen technik arbeitet wenn sie auch mal interesse haben das richtig zu lernen gerne auch einmal bei uns in der webseite vorbeischauen in schulungskalender wir bieten ja regelmäßig immer schulungen an zu fusion und zu autocad oder halt auch das handbuch kaufen da steht auch extrem viel drinnen da ist auch die verlinkung in der video beschreibung oder auch im kommentar oder bei fragen auch gerne fragen so jetzt brauchen wir hier diese schrägbohrung diese etwas blöd bemaßt von der mitte aus 14 dahin das heißt ich habe diese tiefe nicht müsste ich jetzt mir ausrechnen aber dann fertig das einfach hier mit drehung rein ist zwar mit bohrungsmensch immer besser wieger cam systeme aber ich kann das natürlich auch raus drehen gar kein thema wir haben hier 22,5 grad es muss da drüben sein das heißt hier gehört die rein also versetze ich mir eine versatz ebene von dieser fläche wir haben das haben wir für ein maß 5 das heißt von hinten hier rein 5 also minus 5 und dann machen wir hier auf dieser ebene gleich eine neue skizze drauf wo ich jetzt natürlich hier auf schneide dass er hier meinen materialbereich bis zu meiner arbeitsebene weg schneidet jetzt kann ich mir hier schon mal meinetwegen eine linie setzen aber er kennt jetzt hier das nicht das heißt ich muss vorher geometrie projizieren machen taste p so und ich kann hier auch zum beispiel körper projizieren machen klick den körper an mach ok und schon hat er jetzt hier die sachen rein projiziert in meine aktuelle skizze und jetzt kann ich hier zum beispiel dahin weil das habe ich ein objekt fangen dann brauche ich hier noch eine gerade die ziehe ich bis zur mitte der bohrung und jetzt sage ich hier das ist taste x eine konstruktions linie und hier das ist eine mit linie weil das soll meine drehachse sein und der winkel hier ist jetzt 22 05 grad jetzt schalte ich einmal schnell meine komponenten farben aus dann sieht man das besser hier von der sache beziehungsweise jetzt ist auch noch das aufschneiden drin weil da wird es immer vor ich lasse ich aber ja man sieht so auch lasse ich jetzt so dann sieht man es besser im video und jetzt zeichne ich hier das rein es kommt hier durchmesser 5 und durchmesser 6 das heißt hier einfach ich fange hier einfach an ist ja wurscht wo ich anfange ich könnte auch direkt da und von ist egal so ziel gleich im lotrecht weg einmal so einmal lotrecht nach oben geht weiter raus und auch hier einfach noch mal durch schließung dass ich da besser hinkomme und da noch da mache ich die zwei linien gleich kolineal ist gleich das auf gleicher höhe sind und jetzt kann ich hier schön sorgen tangenzial sollte das da hier anliegen so was hat er fehler beim lösen aber die kleine linie noch drin hat im prinzip nehme ich die nummer raus und sagt hier einfach koinzident mit da jetzt bemase das hier das heißt wir haben von dort noch dort durchmesser 5 wir haben von hier noch dort den durchmesser 6 und wir haben von der mitte zu hier 14 das heißt dass da ist 14 und dann haben wir das ja auch schon dass da oben hier fügen wir noch mal lotrecht ein und er hat vor einem punkt glaube ich in die zauber genommen aber was da fehlt hier ist nämlich noch deutlich schneiden wir noch mal auf sieben das vielleicht besser dann schauen wir mal wenn man ein lotrecht einfügen und da noch da hat das schon das muss hier an dem punkt liegen dann nehme ich einfach die linie noch mal weg bevor ich jetzt so rum spiele ist teilweise immer schneller hier einfach was wegnehmen sagt und hier dann ein lotrecht reinsetzen so und jetzt passt also nicht immer rumspielen man kann es natürlich auch versuchen zu reparieren aber manchmal lässt es halt schwer auswählen dann einfach raus löschen neu reinsetzen fertig dann skizze fertig stellen drehung hier dieses profil und das profil hier ausschneiden und dann ok und jetzt habe ich innen drin hier das noch wenn ich das andere weiter hätte raus machen können dann gehe ich einfach hin hier kriegt die innere fläche an noch entfernen kommt er nicht gleich raus kann eine zauber entfernen hier dann muss ich einfach noch mal hingehen in die skizze und siehe hier wie ich eigentlich vorher wollte die skizze einfach weiter raus das heißt ich mache hier einfach noch mal was dran also muss ich die abhängigkeit wieder löschen zack zack und sagt hier collinear das und das so und dann hier noch mal ein lotrecht am besten einfügen ist zwar jetzt nötig aber schaut halt schön aus und dann kann man hier im prinzip so ja sicherheitsmaß sorgen die ich von zwei millimeter und jetzt wenn ich das hier mit schneide dann kommt er natürlich da hinten auch raus oder ich habe es vorher bei der anwahl ich habe es da vorher gar nicht angewählt jedes kleine segment stück das heißt dann hätte es auch schon gehabt aber jetzt werden wir das auch noch mit an das ist kein problem zack und schon ist es hier jetzt wirklich sauber draußen jetzt muss ich eigentlich nur noch abrunden und abphasen das heißt abrundung hier das da und das und das hier hier und da hier nicht mit gedrückter steuerungstaste einfach wieder abwählen dann haben wir hier diese kommt vorne auch noch einer drauf 0,45 ist da hier passt ok 0,5 dann kommt die phase die phase ist hier und ist da und ist da und dann natürlich auch hier bei den bohrungen und 0,5 und dann dürfte es hier passen da ist keine oben hier dann dürften eigentlich alle phasen drauf sein ok ja und dann ist das teil auch schon wieder fertig dann hoffe ich ihnen hat das video gefallen bis zum nächsten mal